Kurz vorgestellt, heute geht es um das Spiel Care Flip. Dafür braucht ihr zwei bis vier Wortakrobaten, eine Runde dauert circa 15 Minuten und ihr solltet zehn Jahre alt sein. Ja, wie ihr hier schon sehen könnt, habt ihr ein Tableau, was auch im Karton selbst dargestellt ist. Jeder Spieler zieht verdeckt aus einem Sack ein paar Buchstaben und alle werft sie gleichzeitig in die Mitte. Jetzt geht darum, wer zuerst ein Wort gebildet hat, sagt es laut aus, dreht die Uhr um und alle anderen haben noch die Zeit, bis die Uhr abgelaufen ist, um ein Wort zu bilden. Wie ihr seht, kann es schnell ein sehr hektisches Spiel werden. Ihr braucht aber relativ wenig Platz dafür, da nur der Karton in der Mitte liegt und es kostet um die zehn Euro.